Also dann die Position bestimmen wäre, wo wir auf dem Boden wären. Nur, wie gesagt, nur wenn die Luki nahe ist oder auf dem Boden. Und wenn die auch... Sollt ihr alles verstanden? Warte doch, nein. Alles verstanden? Die würden sonst niemals landen. Wir werden jetzt mal einen kleinen Umweg fliegen. Ne, ne, ne. Flieg mich mal erstmal zum ATM irgendwo in der Nähe. Der ist doch DP4 in der ATM. Ihr sollt jetzt hier landen. Ist ein ATM. Nein, meine Freunde. Die Position werden hier bestimmen. Äh, also wenn... Äh, wenn die... Wenn ihr da einfach raus schließt... Also wenn hier einer die Forderung macht, dann... Dann wissen wir, dass wir hier sind. Deswegen sollt ihr da... Ja. Dann sollt ihr jetzt eine Position bestimmen. Wie gesagt, entweder ihre Kollegen verfolgen... Das vielleicht haben wir eigentlich schon gewonnen. Ich hab ein Barett auf. Ja, okay. Dann geh ich jetzt noch so durch. Ich hab sogar noch drei Barett zum Haus. Ah, die haben schon nur 5 Billionen gekostet. Ne, die haben zum Wands gekriegt. Voll eine geile Zusammenhänge. Wohlgemacht, da hab ich zum Wands gekriegt. Kannst auch mal ganz schöner Wundern sagen, ne? Ha? Ne, musst du noch was. Ist die Hu aber noch hinter euch? Ja, du bruchst mich zum ATM. Wie gesagt, da wo ihr landet, ist ja direkt der ATM. Habt ihr gehört? Da wo ihr landet, ist direkt ein ATM. Ich hör grad nicht. Da wollt ihr uns doch haben, oder? Ha? Scheiße. Sollen wir dort landen noch wirklich, oder? Ja, also auf... Also... Du musst 100 Meter ungefähr, musst du lange laufen. Mal kurz ruhig. Clank, ich mach das Ding auf und auch wieder zu. Und keiner von euch steigt aus. Also, also per P. Ich bin in einer Minute weh da. Sorry. Da ist ne Mohawk, ja Leute? Nein, ein Orca ist das. Der macht grad Koka, hab ich gedacht. Nein. Achso, ja doch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ist ja egal. Ist ja egal. Das ist besser sogar. Der wird aber nicht auf frei sein. Ja, mein Gott. Ja, Jungs, wie gesagt, ich werd das Ding aufmachen und sofort wieder zufassendig aussteigen. Genau. Gibt jemand denn Heli von denen? Ha? Jo, schau mal bitte, ob jemand zu uns kommt quasi. Die landen. Ja, die bleiben hier aber jetzt am dritten. Da ist ein Humming-Bus. Okay. Echt? Schwer besetzt. Der ist schwer besetzt. Flieg weg, flieg weg, flieg weg. Der ist direkt hinter euch. Seht ihr den? Da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, der dreht jetzt grad ab von euch. Da kommt noch einer. Ich hab keinen Kompass. Stich auf dem Leib. Da an der Stadt ist er nach Mayhem. Der kommt zum LTM. Ja. Der ist dran. Rudenschef, Rudenschef. Nein. Schieß auf den, ne? Ja, schieß. Ja, du kannst eins haben. Ich hab Bahnschüsse gemacht. Ich hab Bahnschüsse gemacht. Ich hab Bahnschüsse gemacht. Okay, bitte beobachten. Jo. Das ist auch nichts Intellektuelles im Sinne von, dass man sich irgendwie an den Tisch setzt und das so weiß wird. Schrägschüsse, Schrägschüsse. Schrägschüsse. Das waren wir. Okay. Schrägschüsse. Ich hab Bahnschüsse. Ich hab Bahnschüsse. Ja, okay. Dritter. Muss es wirklich soweit kommen, mein Freund? Ne, der ist über die Stadt. Ja. Ja, aber ich hab ein paar meine Probleme. Na ja, ich weiß nicht was da abgeht. Ja, du hast keinen Kontakt. Ich hab kein Handy. Ach so, ja stimmt. Ich hab definitiv auch eingefroren. Was soll ich machen? Okay, ich bleib auf dieser Position. Ach, warte. Moment. Hab den Eagle, der ist kaputt. Nein, der ist kaputt. Ich hab den Eagle. Naja, der hat sich... Ja. Mich will niemand getötet. Nein. Ähm, was? Ich mein Bahnschüsse. Was? RTM? Ich hab dir noch Bahnschüsse gegeben. Was? Was? Ich hab dir noch Bahnschüsse gegeben. Kann er vergessen. Das war ne offene RP. 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 Aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir das machen, was wir eigentlich grad machen wollen. So, jetzt kommen wir wieder abhauen. Die Jungs behaupten darf, dass das RDM war. Äh, das war kein RDM. Ja, das müssen Sie mir denken. Ja, ich hab keine Ahnung. Jo, dann macht ihr mal. Ich kann grad nicht. Nichts. Das war kein RDM, verdammte Scheiß. Was für RDM? Ich hab ihm gesagt, dass die Kollegen von uns verfolgen haben, abzudrehen haben. Klar. Und wenn die Kamen in offene RP-Situation, da du keinen Namen siehst, ein vollbesetzter Helikopter über euch habert und macht uns selbst dran schuld. Fertiglos aus. Ja. Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Einfach links 90 Grad, links 90 Grad. Ich hab ihm im Helium gesagt, wenn seine Kollegen... Wenn er links 90 Grad von dir ist der ganze Luft geradeaus. Den uns im Support, ja. Also, wir tun ihn raus und wir schießen den Kaspray. Jo. Guck mal, von wem... Von wem ist der? Von wem? Von wem? Der ist der von SCR, der Typ, oder? Nee, der, wo ihr gefangen habt. Den Marvel. Ja. So. Einmal bitte aussteigen. Danke, dass du mit Clank Airlines mitgeflogen bist. Alter, wie ich den Kitsch... Jungs, pass auf, es kann sein, dass er einen fesselt ist. Direkt runterhauen, wenn er raus geht. Wie würde ich... Ich hab den Satz nicht verstanden. Danke, dass du mit Clank Airlines geflogen bist. Das war dein letzter Flug. Ja, mein Schuss. Ja, also, es gibt manchmal anstab... ... presse Schreibt der... Ja, der hat... Nein. Nein, der hat gesagt, Bart. Auch wenn wir darauf nicht immer abziehen. Ja, egal. Ich wollte ein Schmitten machen. Sogar ein bisschen... Ähm...